Servus Leute, heute geht es mal weiter mit nicht so gutem Zeug und zwar die Kamikaze von Bürofactory. Die mit Schwarzpulver, die kann man überhaupt verschmeißen und vergessen, weil die sind eigentlich nichts wert. 40 Gramm hat eine Packung, aber wenn man die spanische Variante hat zufällig, dann hat man Glück, weil die sind mit PKS und die machen einen gescheiten Schnall. Aber so wie es aussieht, ist das schon mal die Schwarzpulverversion leider. Schauen wir mal. Boah, der ist gerade da hinten gelandet. Geburzen sie nicht. Ja, ich würde mal sagen, wie das Pfeifen der Auto. Ja, auch wenn das Boot irgendwie so guten Schall hat, einen nutzt nichts daran, dass sie leise sein. Also kauft es euch bitte nicht. Außer es ist die spanische Variante, dann lohnt es sich wirklich. Aber das bringt nichts. Na gut, dann bis zum nächsten Video. Servus. Ja.